Da spielt Tim Wiesel tatsächlich noch Champions League. Sei wie eben auch sei. Gut, weiter geht's. Berlin. Oh, danach Derby. Na, aber... Gut. Auswärts in Berlin gehen wir, äh, spielen wir jetzt. Boah, der war wichtig, der Sieg, der war richtig wichtig. War zwar glücklich, aber er war... Ja. Ja. Das war's. Das war's für heute. gerade die genau auf die karte die gepasst das ist der antrieb das spiel läuft und so werden es die japaner erlaubt sie spielen heute eben ein system die anfangsformation der schalker sie wollen in dieser partie mit einem klassischen 442 zum erfolg kommen julio bufarrini da geht er vorbei super flanke den ball kann erklären und jetzt ein schuss gut abgeblockt und da ist der ball zum ersten mal 8 minuten vorbei und schon das erste tor das kann man mal so machen da war jetzt da hat er den gegner unter druck gesetzt und holt so einen einwurf raus schon wirklich das spiel gegen barca vor allem im kampf das wird alles andere als bitte schön rein da trifft er ihn nicht mit der grätsche da war kein gegenspieler mehr dran also gibt es abstoß klasse defensiv leistungen zuletzt bei den gästen also da sind sie bislang richtig stark ja die sind wirklich stark und wenn sie das heute wieder zeigen naja der ball zurück vom forsten und da erklärt er ganz fantastisch da geht er vorbei jetzt kann die flanke bringen jetzt schießt er er macht den ball nicht rein noch einer dran das macht er stark er hat kein problem bei diesem märkball flanke kommt wird dass die chance die flanke sah gar nicht so schlecht aus aber trotzdem ist der ball weg meyer hinterlauch hinterlauch gute aktion von der hüter kraft auch die schlussgabe gemacht schade julio bufarin halag Alagui. Scherbrett. Jetzt ist die Kugel weg. Und Hector, der wechselt auch immer stärker in seine Rolle rein. Geiss. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Da kommt der Schuss. Und so wird das nix. Den Helder Torwart natürlich. Scherbrett. Darida. Er steht gut und hat den Ball. Martin. Stocker. Der war nicht leicht zu spielen. Aber das war richtig, dass er es versucht hat. Goretzka. Ball bei Aguero. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Und Goretzka, Aguero. Das kriegt kraftvolles Ball. Dann muss Schalke. Der Ball geht an die Hand abgefifft. Ganz klar, das musste der Schiri geben. Stocker. Kalu. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Hüntelar. 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 Aguero. Ein fantastischer Treffer. Der wird es keine Abzahlen. 0-2. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Da ärgert sich der Toilhüter und das ganz zurecht. Der Hüntelar ist gut, aber hat im Anschluss keine Chance. es wird steht es 2 zu 0 das dürfte ihnen ruhe geben zur pause eine scheinbar beruhigende führung steht 2 zu 0 aber sie müssen weiter konzentriert bleiben der app so kurz auf die anderen zwischenstände anstoß und damit läuft die zweite hälfte dieser partie frühestoren hat sein als spätestoren hat seine 1 gefühl mit 2 zu 0 und auch hier machen sie kein tor da wundert einen der rückstand nicht mehr oder musik bei der abschlussschwäche ist klar dass sie nicht mehr rankommen da verlieren sie den ball und bei der nächsten unterbrechung wird hier gewechselt hallo da muss ich der keeper nicht mal bewegen martin es ist hier gewechselt und verlässt bayern münchen jetzt ist er auf und das schluss von eine starke parade also kraft jetzt ein weiter einwurf da hälfte ich muss das sein und wir freuen uns auf die nächste bundesliga begegnung für hertha bsc dann geht es zu hause gegen den hamburg sv und da sind wir natürlich gern wieder mit dabei meyer klari darf natürlich da gar nichts wenn hat ihrer stocker gut denken danke dich genau wie so keiner ist da er hat schon 50 60 sie lasst doch weg zu führen es wird sich jetzt 44 da die kleine erinnerung für uns mit wem ist die schalker als nächstes zu tun bekommen ja es geht gegen borussia dortmund im nächsten spiel in der bundesliga das dürfte eine enge kiste werden wenn man die mannschaften also vergleicht zu viel kampf bei dieser elke der fliegt ins seiten aus auf der anderen seite platten hat der trainer will mehr offensive mehr druck sehen ob sie mit langen bällen mehr durchschlagskraft entwicklen jetzt wird es interessant sie werfen ihre bisherige jetzt gibt es hier vielleicht die chance so ich weiß der ist wahrscheinlich drin der ball aber ich werde trotzdem ausnehmen der ball ist drin auch die drei punkte hier sind gefühlvoll schießt er den ball ins tor ja wolf mit der innenseite ganz überlegt gemacht klasse spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare angelegenheit 3 zu 0 lang kam das hat er stark mit dem inriss gemacht er kann es eben auch mit gefühl und technik so jetzt können wir uns den treffer nochmal genauer anschauen diesmal aus einer anderen kameraperspektive ich glaube da bin ich eigentlich schon fast sicher eine so dann kann ich jetzt kurz wechseln einseitige angelegenheit das drückt auch das ergebnis aus er geht vom feld gute gelegenheit für uns seine treffer nochmal anzugucken eine 80 minuten der wechsel rechter winkel nix zu machen stocker eine auswechslung bei den gastgebern steht an julio bufarin und jetzt sind noch acht minuten zu spielen darita grg jetzt gibt es ex schoß zwar kein fall und damit ist das spiel für ihn vorbei er wird ausgewechselt man muss es leider so hart sagen es wurde zeit manchmal läuft es einfach nicht so ein spiel ist natürlich gift für das selbstvertrauen aber für für den spieler ist es jetzt nach vorne schauen und beim nächsten mal wenn hat ihrer den spieler wieder zurück grg da passt er auf und geht dazwischen viele manns da kommt die anzeige zur nachspielzeit drei minuten gibt es oben drauf sie haben den ball und können kontern und da zeigt der vollen einsatz mit erfolg er hat den ball das war es das war es der unparteiische pfeift diese partie ab einseitiges match klarer sieger sind uns einig ja ich ganz genau so die drei punkte ja zumindest in der liga läuft es das ist immer schön zwei punkte vor werder vier vor den bayern äh vier vor leverkusen fünf vor den bayern leipzig